hallo tobi hallo katja der 21 dezember und was hast du schönes für uns heute haben wir das tolle räuchermobil von der firma qualm funktioniert es also ganz einfach ich fange mal bei dem hinterer seite an hier haben wir eine kleine lampe die machen kann man beachtet es ist alles hand gearbeitet aus glaube ich 84 einzelteilen genau und hier vorne haben wir die klappe und jetzt lassen wir unsere räuchermobil räuchern und schon habt ihr ein tolles voll integriertes reizemobil es gibt übrigens auch noch einen caravan bei mika caravan das passt doch ja schön vorsichtig und mit der richtigen räucher kerze seit ihr im sommer auch ganz toll vor lästigen ungeziefer geschützt genau hier gibt es dann die räucher kerzen für den sommer die sommermischung und für den winter winterdüfte weihrauch und vieles mehr und last but not least jedes kommt individualisiert mit eurem kennzeichen genau da auf sonderwunsch auch mit logos genau wunderschön ich sag ganz lieben dank fürs zugucken und schönen 11 dezember